Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu BF Gaming Solentay mit einem alten Format, was wieder auferstehen wird. Und zwar sind es natürlich die Clips der Woche. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Ja, richtig. Und zwar die Clips der Woche sind wieder zurück. Ein altes Format von mir, beziehungsweise von uns damals. Ähm, inwiefern es jetzt wöchentlich kommt, weiß ich noch nicht, weil wir planen natürlich auch schon sehr viel hinter den Kulissen, wann welches Video wo kommt. Ähm, aber natürlich kann ich versprechen, dass die Clips der Woche wieder kommt. Ich kann auch nicht versprechen, ob sie wöchentlich kommt. Kann auch sein, dass sie alle zwei Wochen kommt. Je nachdem, wie gerne ihr das Format auch sehen wollt. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Der erste Clip ist von mir in Heldenschau. Und zwar grüße ich ihn hier raus an den lieben Volkan. Das war nämlich ein schönes One-by-One zwischen mir und ihm. Und, ähm, ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich Anakin war. Und ihr seht, ich habe 252 Leben. Eigentlich keine Chance gegen den fast Full Earl. Und dann habe ich halt die Tastenkombination schlechthin gedrückt mit der Vergeltung natürlich, um dann den guten alten Volkan von FullHP Earl auf, ja, besiegt zu machen. Also es tut mir leid an der Stelle nochmal an dich, Volkan. Aber es war ein schöner, netter Clip, denke ich. Und auf jeden Fall würde ich, äh, für eine Nennung in den Clips der Woche als ersten Clip. Und ich würde sagen, wir machen dann direkt auch weiter. Ja, der nächste Clip, der ist in HVS. Und zwar habe ich da mit dem guten alten Cnd gespielt. Grüße geht natürlich raus, falls du das Video auch guckst. Ähm, und ja, es ist jetzt nichts Episches oder so, sondern eher was Lustiges. Ich wollte es aber nichtsdestotrotz reinbringen. Und zwar haben wir hier den Vader, der hier, ja, sehr seltsame Sachen macht. Ich würde mal sagen, Internet-Connection ist auf jeden Fall richtig gut. Und danach natürlich direkt gestorben, ist ja klar. Da fand ich einen lustigen kleinen Clip, deswegen auch der in den Clips der Woche dabei. Und ich würde sagen, wir bleiben gar nicht lange hier, sondern gehen direkt weiter. Ja, der nächste Clip, und, äh, auch schon der dritte, geht ganz schnell, ist, äh, vom lieben Volkan. Grüße gehen raus, also es ist nicht mein Clip. Ähm, aber wir haben da gegeneinander gespielt, der Volkan und ich. Der Volkan hat hier den Kylo Ren, nicht den Anakin. Und ja, ihr seht's, wir haben hier, äh, auf richtig Hardcore gespielt, quasi. Also, von wegen, ja, äh, schaffen wir's, schaffen wir's nicht mit runterschmeißen und allem. Und, äh, Ende des Lieds ist auf jeden Fall, äh, ja, dass ich ihn, äh, runterkriege mit dem, äh, Pull. Und auch, was danach jetzt kommt mit dem Schlag. Das Ding ist nur, dass ich halt den Schlag hinterher gemacht hab. Und somit, äh, die Niederlage kassiert hab. Weil ich auch in den Tod gesprungen bin und sein Maid noch am Leben war. Also, fand ich auch recht interessant. Und dementsprechend, ja, war ein bisschen ärgerlich für mich in der Stelle. Aber ist halt, wie's ist. Und ich würd sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Clip. Der nächste Clip ist dann vom guten alten Chaos Reaper. Grüße gehen raus. Und zwar spielt er hier Heldenschaudern, wie ihr seht. Das Problem ist nur, er hat halt keinen Gegner. Und die Runde startet halt einfach. Ich find das hier so geil. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Guck mal. Startet einfach komplett die Runde. Und es ist kein Schwein in der Lobby außer er. Dann steht er da, kriegt den Sieg, kriegt den zweiten Sieg mit und den dritten Sieg mit. Und auf einmal steht er komplett Sieg. Und er hat die ganze Runde gewonnen. Also, wenn das nicht mal der schnellste Weg ist, um zu gewinnen, ne. Das waren 30 Sekunden und, äh, fand ich sehr unterhaltsam. Genau, last but not least, hätten wir dann nochmal einen Clip von mir. Und zwar einen etwas längeren. Und zwar ist das eine Luke Skywalker Streak. Insgesamt ist es eine 156er. Und da hab ich natürlich wieder nur die letzten 5 Minuten aufgenommen, weil ich die Elgato nicht am Laufen hatte. Ähm, weil wenn ich so zocke, dann mach ich die meistens nicht, äh, ja, an. Und dann hab ich halt über die Xbox nur die Möglichkeit, die letzten 5 Minuten immer aufzuzeichnen. Deswegen nicht wundern, falls ihr die ganzen Streaks halt manchmal nicht seht. Das liegt daran. Jedenfalls hab ich hier mit dem C&D gespielt. Und, äh, ja, war eine ganz nette Runde. Wie gesagt, es ärgert mich, dass ich die nicht anhat. Ich würd sagen, äh, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich lass euch den Rest der, äh, Streak. Das geht ja nur 4 Minuten. Also, es würd mich wirklich freuen, wenn ihr dranbleiben würdet. Ähm, lass ich euch einfach da. Ich sag, äh, trotzdem schon mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch dieses Video nochmal gefallen, ne. Und auch dieses Format, dass es nochmal zurückkommt. Und ansonsten teilt gerne das Video und generell unseren Kanal, weil es würde uns wirklich sehr viel weiterhelfen. Je mehr, äh, Leute des, äh, unsere Videos sehen und unseren Kanal vorgeschlagen bekommen, das ist besser. Und das gibt natürlich auch mehr Motivation. Und dementsprechend würd ich sagen, ja, lass ich euch mit dem Video. Bis dahin. Möge die Macht mit euch sein. Haut da rein. Und ciao. Leute. Das ist besser. Das ist besser. Die Verteilung sind unter Kontrolle. Die Werteilung sind unter Kontrolle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Away from this! My team's not through yet! I know what you're thinking. Going inside! Let's go! Darth Vader! I'll face him myself! The Imperial troops are running like frightened Jawas. Well done! By holding Tatum, we've shown the galaxy that the Rebel Alliance is a force to be reckoned with. Action! The Alien... Awesome... Handsome! Awesome! Awesome, awesome, and handsome! Awesome! What's up, Wheezy? Sure. auf.